Das weiß ich jetzt, weil ich auf den Berg gestiegen bin und das gesehen habe. Höhöh, gestiegen! Nö, also Sir Pac-Man ist ja eigentlich der älteste, der verhält sich wie der kleinste Bubi. Er nimmt sich weg, so. Scharf. Das scharfe Scharf. Oh, das schaut jetzt mal cool aus. Das sieht nicht, doch es sieht schlecht aus. Ich bin in der Höhle, Mama. Das sieht aus wie so eine Scheiß-Beton-Wüste. Gesundheit. Beton-Wüste, Alter. Alter, rülps nicht voll in mein Let's Play rein. Du, ungezogenes Baby. Du, ungezogenes Baby. Wer hat das Baby genannt? Oh, dafür gibts aufs Maul, Alter. Oh, komm erstmal zu mir. Ja, drei Stunden Fahrt. Papa, kannst du ihn fahren? Oh, nein. Oh, ich kann mir hier sogar eine eigene Nahrungskette erstellen. Und ich hätte sogar einen Kürbis. Was? Einen Kürbis, ich habe Kürbis gefunden und ich habe einen schönen Tag. Einen Kürbis kann man aber nicht essen. Doch, Kürbiskuchen, du lustiger. Wie zum Geier machst du Kürbiskuchen? Ja, mit Eiern und Kürbis und... Eiern, hö 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 hö. Sorry, sorry, musste sein. Nein, äh, mit Eiern... Lava! Weizen und Milch, glaub ich. Ich möchte mich nicht ganz täuschen, wenn mein Verstand mich nicht verführt. Das wird er tun, deshalb. Wie viel, wie viel, wie viel ich glaube, habe ich auf dem Server drauf gemacht, Pac-Man? Auf dem Servo? Naja. Ja. Genug. Ich muss zum Haus kommen, bevor die Spinne mir wütend hinter... Das war knapp. Hinterher rennt. Ich habe nur noch zweieinhalb Herzen. Ich sollte mich sputen. Vielleicht. Außer jemand von euch hat Lust, mit Essen zu mir zu kommen, aber ich denke, da ihr asozial seid, würdet ihr mich... Oh. Ich habe das Arschloch der Welt gefunden. Hier ist einfach so ein Loch. Einfach so. Einfach so ein Loch runter. Tod, aus. Dann tue, was du nicht lassen kannst. Ja, ich laufe jetzt zum Haus. Das werde ich tun. Nein. Du, äh, du hast ein paar Sachen bei deinem, bei seinem, was soll das, sein Turm oder Kran vergessen. Hier schweben so Sachen in der Luft. Sie bisschen dumm aus. Hier sind Creeper. Aber genau von mir ist aber Lava. Deswegen will er nicht da reinlaufen. Scheiß Creeper, Alter. Du hast hier generell noch was von deinem Kran stehen lassen. Tun nur örtlich. Ja, das kann ich selber wegmachen. Rengel. Nee, ich mache es ja nicht weg, weil es ist nicht mehr mein Haus. Boah, aber du hättest zum Geil schon die Forkeln hingezahen. Hab dich jetzt nicht mitgenommen, oder wie haben wir das? Essen. Ich brauche Essen. Gib mir, gib mir, gib mir Steak. Gib mir Happy Happy. Ähm. Halt. Ich bin so schlau, ne? Ich weiß. Ich nehme das Fleisch raus und tu es wieder rein. Ja, bring's. Hab wir hier nirgends fackeln, ernsthaft? Doch. Doch, klar. Sag doch was, Mann. Ich habe es doch gesagt, aber kein Habit. Ah, ich kotze dich mal eben voll, warte. Oh, danke schön. Da hast du elf Fackeln. Boah, danke schön. Boah, bitteschön. Ich fand hier noch ein bisschen Eisen und so. Es gedeiht doch nicht. What the fuck? Nur vier Dinger werden bewässert. Okay, dann müssen wir halt mit dem Leben. Ist ja nicht mehr mein Garten. Ja, dann lass es einfach. Werd ich auch. Ja, hoffe ich auch für dich. Sonst will wir uns. Die drei Eier behalte ich auch. Du hast drei Eier, ha, okay. Bis gebunden. Oh, beleidigen mich. Kommt mal her, ich will pen. Ja, ich habe nicht. Ja, jetzt willst du pen. Ich weiß nicht, was du willst. Komm, pen. Nein. Kommt, pen. Ich bin hier in der Schlucht, Alter. Ich helfe dir da gleich heraus, Alter. Ja, okay, dann komm bitte. Mit meinem 10 Meter Schwert. Ich dachte, du sagst du an das, aber nicht. Oh, mein Gott, das ist nett. Hey, ho. Wessen Holzklotz ist das? Meins. Meins, was noch nicht fertig ist. Meins, 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 meins. Ne, ne, es meins. Hab ich noch nicht fertig, mein Lieber. Wem jetzt gehört es in jemandem? Hei, hei, hei. Mir geht es, mir geht es, mir geht es. Mir, wem. Ja, keiner, ihr habt beide, ich, geschrien, ich geschrien. Nein, voll nicht. Du fragst doch. Ja, wem gehört das, und ich, der als einziger, ja, ich. Ne, ne, Roppel hat auch noch mir gesagt. Das ist jetzt meins, ich war schneller. Ich hab zuerst meins gesagt. Oh, mein Hau. Meins, 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 meins. Eier, 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 eier. Oh, danke, dass du noch mal einlegst. Eier. Ich werde jetzt diese Kuh umlegen. Viel Spaß. Wollen wir jetzt pennen? Das haben wir nur ein Stück. Ein falsch gegeben. Ich werde ihn in den nächsten Sekunden töten. Okay, okay. Eier, warten wir jetzt eigentlich auf morgen, oder gehen wir heute noch pennen? Ich wäre für Penn, aber der Bloble will nicht. Bloble? Ich bin hier in der Schlucht, Alter. Bloble, du ungutzogene Pingel, zeig ein bisschen klasse. Wo ist er? Wo, ist er hier unten? Nein, da. Ich bin ganz ganz weit weg. Gaaanz ganz weit weg. Er ist noch da unten. Glaube ich. Hoffe ich. Tut den tun. Ist er da unten? Ich bin in einem fremden Land, ich werde mich nie wieder bitten. Ach du... Okay. Ne, warte, ich kenn's, zeichne das eben mal. Ist er hier unten? Hier ist auch irgendwie ein Loch. Hä? Ich bin in einer Schlucht. Ne, das ist nur ein Loch, was nicht da ist. Ich bin in einer Schlucht. Es gibt viele Schluchten. Die ganze scheiß Welt hier ist wie ein Schweizer Käse. Ja, das durchlöchert ist. Schweizer Käse ist durchlöchert, mein Junge. Nein, hör auf. Wann ist Schweizer Käse durchlöchert? Ich dachte, es hat immer nur vier Ecke. Weißt du was? Scheiß auf Nacht. Ich geh jetzt bauen. Oder... Ne, ich... Ich geh jetzt suchen. Ich geh fahren in der Nacht. Ihr habt Schiss. Geil, Alter. Läuft bei dir. Rennt bei dir sogar. Brennt bei dir. Ja, ist okay. Aua! Aua! Es gerät. Aua! Warum ist jetzt ein Creeper in meinem Haus? Was hab ich getan? Hallo, Creeper. Hallo, Creeper. Hallo, Creeper. Grüß Sie wohl. Was kann ich Ihnen offerieren? Ne Explosion. Fettig. Einen Moment, warten Sie. Tsssssss. Bumm. Ficke! Sooo! Hehehe. Jaja. Ich weiß, ich bin der Beste, ich muss das nicht sagen. Aber danke. Also hier sind überall Dungeons. Dungeon. Also Scheiß, Lächer und Schluchten. Muss, muss. Los. Oh, verdammte Scheiß, hier sind drei Creeper nebeneinander. Oh je je je. Jagd ihn hoch. Jagd ihn hoch. Ne, ne. Schaffen sie nicht. Ne. Ich bin blocker hier. Die Kuh ist echt gerade für zwei Skelette gehalten. Und der hat mich in die Luft gejagt. Ich hab ne Kuh für zwei Skelette gehalten. Die Ähnlichkeit war verblüffend. Hehehe. Was hast du mit dir genommen, bevor du das Let's Play gestartet hast? Gewissen Roastbeef, ein Hühnchen, eine Pizza. Alter. Und der Biskum für deine Ice Cream. Genau. Oh, diese Creeper, Alter. Die gehen von mir in die Luft, Alter. Yay. Nochmal. Ich hab's nicht gesehen. Warte kurz. Geh mal auf Option. Alter, hier ist kein Zombie oder so. Hier sind nur Kühe. Hm. Ich hab das für dich. Aber keine Angst. Ich hab ja keine Angst. Eine Million Kühe sind hier. Alter. Wie. Ich brauch keine... Ich muss mir keine Farmer anlegen. Ich leg einfach... Wow. Du legst die Farmer einfach da? Ich leg einfach die Viecher hier um und dann hab ich genug Essen für 10.000 Jahre. Man kann jetzt Minecraft auch rauchen, ja? Wie? Ähm, Gea-Funktion und dann Super-Secret-Einstellung oder wie das heißt. Was kann man da? Kann man Gras rauchen? Ja ungefähr so. Yay, gleich ausprobieren. Ja. Ja. Du bist irgendwie so... Du bist so stoned halt. Loin. Und was passiert wenn ich... Ja mach einfach. ... bin? Ähm... Mach einfach. Mach einfach. Mach einfach. Bro? Ja? Hängst du da bisschen im Stein ab? Achso. Ne, die Kuh hat bisschen im Stein abgehangen. Okay. Okay. Ich hab Sumpf gefunden. Ruhig Sumpf. Die... die fliegende Insel. Ähm... Oh, ich hab... Oh, ich hab Viecher gefunden. Ich guck mal, dass der mich nicht sieht. Hast du schon die Super-Secret-Einstellung gemacht? Nein, weil ich hab von nem Skelett wegrennt. Ja. Skelett. Ja, puh! Au! Der ging daneben. Stirb, 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 puh! Dann wünsch ich dir noch viel Erfolg dabei. Miiiip! Todesangriff! Creeper, 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 Creeper. Ah! Ein Messer! Alter, drei Creeper, zwei Creeper. Ich hab ein Schweizer Taschenmesser. Zing! Ich will das auch gemessen. Ähm... Der Boot... Ich weiß nicht, ich hab nur so'n dummes Steinschwert. Ich hab nur so'n dummes Steinschwert. Ich hab nur so'n dummes Steinschwert. Ich hab den anlegen, aber wenn ich so'n Schweizer Taschenmesser hätte. Aber da ich nur so'n dummes Steinschwert hab, leider nicht. Ah, das tut mir halt. Der hat gesessen, der ging voll in den Arsch. Au! Der in die Fresse. Ach, Stein könnte ich als Bode nehmen. Wär bestimmt... Wär bestimmt gemütlich. Ähm... Ähm... LOL. Der Mond ist schwarz. Ernsthaft? Heiße Angelegenheit. Hast du irgendwas verbrennt? Oh, heiße Angelegenheit. Oh Boris, was machst du da? Alter, du perverse Sau. Nee... Ich hab nur gesagt, was machst du da? Und dann hab ich irgendwie an Essen gedacht und dann... Dann das ein zu dem anderen und schon. Hehehe... Natürlich. Ja, so toll. Alter, wieso können mich die Scheiß-Creeper nicht mal in Ruhe lassen? Weil sie's können. Ja, was ist lustig, Mr. Plopple? Also, Pacman drück mal auf Escape. Ja. Option. Ja. Und dann oben rechts Super-Secret-Settings. Also, wie lange der mir hier so herläuft? Dann bist du's go und. 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 Also, was bis warten kommt? Also, steht gar nicht, was das ist. Wow! Oh mein goodness. Lück das noch mal. Es kommt ganz, ganz viel. Da musst du ganz lange drücken, bis du wieder noch mal bist. Wow, umgekehrt. Oh ihm. Ich spiele umgekehrt. Oh mein goodness ist das schwer. Wui! Wui! Oh, ich hab's geschafft. Ich hab's ernsthaft hingekriegt. Lol, ich spiele jetzt in Comic-Form halt. Sobald es hell ist und die Meister sich in anderen suchen zum Ärgern, werde ich das auch mal zeigen. So in Neonfarben. Das hat ja voll Style. Yeah. Bei mir ist das alles voll unscharf. Boah! Boah, das war 2. Boah, das war 2. Boah, das war 2, Alter. Boah, das war 2. Boah, das war 2, Alter. Boah! Boah. Boah, und Drogending so, okay. Wo kommt's für EP? Ne, ne. Mama. Das ist denn das normale Mama, also. Ge, geh, geh weg. Lolle umgekehrt, wenn ist's von ungekehrt. Wo ist es für ein Schrogaard? Geh, fu, die. Guck. Ah, ich schaufe wollte ich machen, genau, genau, genau. genau woher sie von uns also umgekehrt in Deutschland zürich voll hartmann in der Welt und hat das Geld schießt auf mich vorgesehen wie oft das bei mir ist es ganz in so einem Fernsehen, so einem TV und so ein Rund hey nachdem kommt dann mal so Neon so Neonformen sieht voll geil aus jetzt hab ich ganz normal oh nein wow alter alles ist ganz normal, wenn ich renne dann ist alles von unscharf und ein Endermin ist in meinem Haus ein Endermin ist deinem Haus, das ist ihr Herz allerliebst natürlich, ich hab meinen Bausbock weggemacht der Armand in meinem Haus keine Frage, das war ein Befehl oh ok vom Commander höchstpersönlich vom Swisszocker der Kommandant Sir Swisszocker, wenn ich bitten darf nein, ich bin Mr. Swisszocker, ich bin Sir Peck ja, aber nicht Sir Mr. Swisszocker nein, nein, du bist Mr. Swisszocker Mr. und ich bin der Sir, like Sir also jetzt hab ich mich endgültig verlaufen ich weiß nicht mehr wo das Haus ist, aber das ist eigentlich auch wurscht weil ich hier ein richtig tolles ähm Biom gefunden hab, nur ich bin übelst weit weg von den Jungs äh Swisszocker? oder Mädels, man weiß es nicht ja? also bei drück mal Optionen bei Minecraft ok, ich glaub jetzt ist sicher, ja Optionen? da oben rechts Super Secret Settings oben rechts steht nix ja, Optionen, dann oben rechts Super Secret Settings ah ahm einfach draufklicken, dann wieder rausgehen dann lauf mal ein bisschen wot wot du, na nochmal, da kommt was anderes es gibt so viele Sachen ooooh shit was bin ich jetzt, bin ich jetzt irgendwie stoned oder, oder wat na ja, keine Ahnung, das ist einfach Super Secret das kam mit der 1.7.2, glaub ich, oder? ja, ja wot wot Alter ich find's einfach nur geil ich glaub, ich könnt keinen Creeper von nem Baum unterscheiden Alter Schwede ähm, die haben was weiß jetzt ist normal jetzt ist irgendwie so das ist jetzt, glaub ich, stoned das ist verkehrt herum alter wot der fuch auch like a cheese pizza das ist keine Ahnung negativ Farben jetzt ist der Enderman in unserem alten Haus das ist äh böse Enderman, böse it's friendly Enderman, friendly ähm jetzt oh, es ist doch nicht mehr normal alter Verwalter wenn du über rennst, gell, dann ist alles vermischt vermischt, du meinst eher verwischt das ist oh, das ist heiß hehehe hehehe like a cheese pizza, ja so ist die Zahl, Leute bring aus was in meinem Haus äh, nix verpiss ich aber sofort, nein hm wie krieg ich das Ding wieder normal schmiedkunst wie bekommst jetzt halt die Erfolge aus, wenn die anderen Let's Play Parts nix gemacht wie krieg ich das Ding wieder normal wie krieg ich das Ding wieder normal schmiedkunst ich will mal drücken, bis das wieder normal ist mach ich seit 5 Minuten ah du bist sicher schon 10 Mal vorbei, ah ok aber irgendwie das, das Ziel Dingens da ist noch nicht normal wie normal? also ein Stück unter der Fall ja, das Fadenkleuz hm das ist ein Problem hm wie ist nicht mehr normal, was ist denn da? ist ganz anders jetzt, außer es war vorhin schon so, dann ist mir nicht aufgefallen dann ist es dir wahrscheinlich nicht aufgefallen dann ist es dir wahrscheinlich nicht aufgefallen so, ich versuche schwebende Unterpass oder was? ich kann dir auch meine Kondinaten sagen und dann kommst du wieder zu uns au ne, mit Kondinaten kann ich nix viel anfangen ich probier einfach so mit meinem glorreichen Aua und Instinkt euch wieder zu finden dann wünsche ich dir ähm viel Erfolg in der Zeit schlachte ich in der Zeit schlachte ich in der Zeit schlachte ich noch ein paar Schweine für Proviant unterwegs aber die Schweine sind so frevel haben sie mal mit keinen jetzt geben sie mir Schweine Steaks jam jam steaks panda macht num 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 Mr. Swister macht man jam 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 warte mal kurz ich muss kurz meine Tastatur ausstecken und wieder einstecken ja wir nehmen schon seit 37 Minuten auf das ist schön danke das ist eine schöne Zahl ja und ich muss diese Zahl ist hast du gut gemacht Klopple ich muss langsam auf meine Lieben schon ich hab nen Wolf gefunden ich hab drei Wölfe gefunden ja jetzt kannst du sie töten oh hast du Knochen haben wir Knochen irgendwo rum nein leider nicht boah Mr. Swistockers träume bis er zerstört wurde ja ok ich muss dann langsam auf machen nein nein ok ich guck zu dass ich irgendwo wieder näher zu euch komme dann können wir auch von mir aus Schluss machen ha 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 bloblech glaube du müsst noch ein bisschen länger bleiben ey ich gib dir einfach die Koordinaten und dann kommst du ja gut wie sehe ich meine Koordinaten f3 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 x ist 300 noch was ne x ist gerade bei mir minus 100 ok es nimmt wieso steht hier ein creeper mitten im nachmittag weil sie von der sonne nicht sterben aber nicht im nachmittag und wieso überbrennt dieser scheiß-zahm bin ich weil vielleicht unter dem baum ist ne nein hier ist weit und breit kein baum hier ist nur beton 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 schlusser und das ist auch um denn es ist auch klar aber das gibt es einen m ich bin sicherlich heißt denn das nicht denn das ist auch so ein dom m die heißt es nicht einen zur drei jägige knusperding die waren zu öfter und dann ist mit der hand um mit schickern nein aber wobei ich weiß jetzt ungefähr wo ich bin wir machen jetzt einfach hier fertig Apropos, warte, warte, ich will das noch erzählen Apropos Glückskicks, ich meine, Glückskicks ist gestartet, ich werde ein guter Chef sein und damit verabschieden wir uns von dieser Folge oder? Ich bete, dass ihr niemals ihn als Chef haben würdet Mit dem verabschiede ich mich Das ist meiner Mit dem Blockabon verabschiede ich mich Mein Baum, okay, mein Haus Mein Baum Ich habe das Haus wieder gefunden und mein Loch Und mein Loch Ja, ich bin hier am Loch vorbeigerannt So, mit diesem wundervollen Wobei, es ist nicht mehr mein Haus Mit diesem grässlichen Anblick verabschieden wir uns von dieses Mal, von Let's Play Minecraft Together WG Mit dabei waren wieder ich, der Sir Petman und der Bloble 2599 Ja, du vergisst immer das 2599 was man noch sehen will Ja, wenigstens sind die Zahlen Ja, mich? Ja Ja, du sagst ja auch nicht Du spielst jetzt Minecraft 1.7 Punkt 4 Jetzt gibt's Schläge Nein, gibt's nicht Okay, dann würde ich sagen Warte, will ich noch sein Skin-Up sehen Dann würde ich sagen, äh, verabschieden Ich war's nicht Während die zwei hier sich fast prügeln Auf ihn! Bin ich tot, nein! Okay, nein, ähm, dann würde ich sagen, verabschieden wir uns Äh, Mr. Swisszockers Kanal ist in der Videobeschreibung Ich hoffe, ihr wisst, wie man die Videobeschreibung aufmacht Einfachs da auf den Knopf da drücken Ähm, da ist... Alter, warte, den muss ich noch kurz erklären Ist, äh, so ein Kumpel von mir Der hat so ein Bild gefunden, wo draufsteht halt Äh, Hit Any, Any K Und dann hat so eine Ente Mit so einem Hammer Die auf die Tastatur draufhaut Einfach so, Hit Any K Und dann mit der Tastatur, BAM Alle, alle Tasten im Arsch Ja, da muss ich das erstmal, als ich das gesehen hab So derbe lachen Aber naja, das war's Ähm, in diesem Sinne Bis zum nächsten Mal, Leute Ja, eben, äh, bis zum nächsten Mal Und sein Kanal ist, wie gesagt, in der Videobeschreibung Ihr Kanal übrigens auch Dankeschön Und, ähm Ja, bis zu den nächsten Folgen Wenn es wieder heißt Let's Play Minecraft, äh, Together-Spezial Mit dem, natürlich mit dem Mr. Sucker Und damit sollte ich jetzt endlich mal aufhören Weil sonst schlafen wir hier alle noch ein Bis zum nächsten Mal, liebe Leute Tschüss Bis nächstes Mal Tschüss